EZB entscheidet über neue Zinspolitik. Marktspekulationen steigen. Die Europäische Zentralbank EZB steht vor einer entscheidenden Sitzung, die voraussichtlich weitreichende Auswirkungen auf die Zinspolitik in der Eurozone haben wird. In den letzten Wochen haben sich die Marktspekulation intensiviert, da Anleger und Ökonomen versuchen, die möglichen Entscheidungen der EZB zu antizipieren. Die anhaltende Inflation in vielen Mitgliedstaaten und die wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch geopolitische Spannungen und die nachwirkenden Effekte der Covid-19-Pandemie verursacht werden, spielen eine zentrale Rolle in diesen Überlegungen. Analysten stellen fest, dass die Inflation in der Eurozone gelinde gesagt besorgniserregend bleibt. Berichten zufolge lag die jährliche Inflationsrate im September 2022 bei 6,3 Prozent. Ein Wert, der weit über dem von der EZB angestrebten Ziel von 2 Prozent liegt. Diese Entwicklung zwingt die EZB dazu, ihre geldpolitischen Maßnahmen zu überprüfen und anzupassen. Beobachter der Märkte äußern die Vermutung, dass die EZB in ihrer nächsten Sitzung möglicherweise eine Erhöhung der Leitzinsen beschließen könnte, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken. Die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Zinspolitik haben die Märkte in Aufregung versetzt. Investoren diskutieren darüber, ob dieser Schritt nicht zu einer wirtschaftlichen Verlangsamung führen könnte. Einige Marktteilnehmer zeigen sich optimistisch und glauben, dass eine Zinserhöhung die notwendige Stabilität zurückbringen könnte. Andere warnen jedoch davor, dass ein zu schnelles Vorgehen die konjunkturelle Erholung gefährden könnte. In diesem Kontext wurde berichtet, dass sich die Renditen von Staatsanleihen in der Eurozone in den letzten Tagen erhöht haben, was auf eine vorsichtige Prognose hinweist. Hier ist die Übersetzung des Textes ins Deutsche. Einige Ökonomen argumentieren, dass die EZB auf die Marktentwicklung reagieren muss, um das Vertrauen der Anleger zu sichern. In den letzten Sitzungen der EZB haben die Verantwortlichen betont, dass sie bereit sind zu handeln, falls die Inflation nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. Es wurde spekuliert, dass die Verknappung der Geldpolitik zusammen mit anderen Maßnahmen möglicherweise auch der Unvorhersehbarkeit der geopolitischen Lagen entscheidend sein könnte. Insgesamt wird erwartet, dass die kommende Sitzung der EZB Aufschluss über die künftige geldpolitische Ausrichtung in Europa geben wird. Die Entscheidung könnte nicht nur die kurzfristige Marktentwicklung beeinflussen, sondern auch langfristige Implikationen für die wirtschaftliche Stabilität in der Eurozone haben. Die Einflüsse auf die Märkte und die potenziellen Entscheidungen der EZB werden weiterhin von Investoren genau beobachtet und sind ein zentrales Gesprächsthema unter Finanzmarktexperten. Autor Anita Farke Sonntag, 24. Oktober